Ich zeige euch heute die einzigen zwei Dinge, die ihr in Fortnite braucht. Das war's. Die einzigen zwei Items plus noch Heelzeug. Bleibt bis zum Ende dran, um zu erfahren, welche Sachen das sind und wie ihr damit den Sieg holt. Vorbei. Benutzt bitte, mein Creator. Gut, selber auf Ehre, wir gehen rein ins Video. Und hier wird mir auch schon die erste Fähigkeit angezeigt, die ihr braucht. Die braucht ihr. Auf jeden Fall. Hier ist sie nämlich, Freunde. Die wird uns ganz schön angezeigt. Aber wir erledigen auch unseren Auftrag. Lande nach einem Sprung vom Bus ins Wasser. Zack. Und wir haben auch eine schöne Challenge erledigt, Freunde. Wir haben auch den neuen Skin heute dabei. Gibt euch mal. Das ist der neue Itemshop-Skin. Habt ihr euch den vielleicht mit Creator Code Savile geholt? Wäre übelst fresh von euch, Freunde, wenn ihr das machen könntet. Aber jetzt sind wir hier mal bei der mythischen Bändigerfähigkeit. Hier soll anscheinend eine drin sein. Hä, wo ist sie? Da ist sie. Hier ist sie, Freunde. Let's go. Oh, da ist ein Gegner. Warte mal. Oh, da ist ein Gegner. Wollt ihr die Bändigerfähigkeit oder was? Oh, hallo? Hallo? Er wollte, glaube ich, die Bändigerfähigkeit einfach haben. Als nächstes brauchen wir eine ganz bestimmte Fähigkeit, Leute. Die werde ich euch jetzt nicht verraten. Denn da gehen wir jetzt auch mal hin. Lass mich mal kurz überlegen. Wir haben da hinten nochmal Wasser. Wir müssen jetzt richtig weit reißen, um die andere Fähigkeit zu kriegen. Und mehr brauchen wir nicht. Mensch, ich werde euch zeigen, dass wir nur mit diesen zwei mythischen Bändiger-Items eine Runde gewinnen können. Ganz easy und ganz entspannt. So, jetzt müssen wir aber erstmal lange reißen. Oh, was wurde hier denn gebaut? Oh, da ist ein Gegner. Warte mal. Den können wir vielleicht absnacken. Oh Gott, jetzt habe ich mir selber Damage gemacht. Hä, fighten die gerade? Ich glaube, die fighten. Hier ist doch einer drin, ne? Easy. Aber hinter mir war noch ein Auto. Ja, alter. Was ist hier los? Was geht ab? Was ist das für eine... Oh, Erdbändigerfähigkeit. Ne, das ist sie nicht, Leute. Wir brauchen nämlich keine Erdbändigerfähigkeit. Das ist die falsche. Steps, Steps, Steps. Ich muss kurz aufpassen. Einen Moment. Hä? Boah, was für ein Damage wir machen. Okay, von da hinten werden wir noch abgeschossen. Oh Gott. Oh, Baby. Baby, Baby. Hier ist noch einer drin, ne? Ja, egal, Leute. Wir gehen zur anderen Fähigkeit. Es macht gar keinen Sinn, jetzt da irgendwie lang rum zu hantieren. Ich glaube, der hat sich auch jetzt geheilt, der Typ. Aber wir gehen weiter. Ne, wir müssen weiter. Sorry, Bro. Ich muss los. Tut mir leid. Ich muss nämlich den krassesten Loot in ganz Fortnite abholen gleich. Tschüssi. Wir müssen ganz schnell los. Okay. Komm, 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 komm. Noch 800 Meter. Okay, wir wechseln das Auto. Benzin ist aufgebraucht. Nächstes Auto. Let's go. Boah, was läuft hier für eine Mucke? Alter. Was ist das für ein... Für ein Jam? Auto wechseln. Let's go. Boah, das ist echt nice, dass hier die ganze Zeit Autos sind. Oh, da ist eine Medaille. So, let's go. Gib Gas, gib Gas. Ich habe meinen Lambo nicht dabei. Alter. Woo. Ich muss schon sagen, das Groove ist richtig krass. Wir gehen mal weiter. Digga, lass mich jetzt mal durch hier. Lass mich durch. Guck, guck. Ja. Oh. Wir haben einen Huhn überfahren. Das kann mal passieren in Fortnite, Freunde. So, zack. Und wir sind... Alter, wir sind noch richtig gut. Alter, wir sind noch richtig weit gekommen. So, Freunde. Let's go. Oh mein Gott. Sie ist da. Sie ist da. Ist es die, wo wir brauchen? Sie ist da. Wie krass auch der Skin aussieht mit der Bändigerfähigkeit. Sagt mal ehrlich, Leute. Das ist schon ziemlich wild. Wow. Hi, Avatar. Was geht? Ich bra... Oh. Ich brauche was von dir, Bro. Ich brauche was von dir. Ah, Impulskanaten wären cool. Oh, nice. Wir können Impulskanaten bei dem kaufen. Warte mal. Wir kaufen noch mehr. Wir tun mal hier die Bändis weg. Und nehmen hier nochmal ein paar Impulskanaten mit. Alter, sind die teuer. So, wir haben jetzt zwölf Stück. Boom. Let's go. Mehr brauchen wir nicht. Das war's. Das war's. Die zwei Sachen. Und that's it. So. Als nächstes, was halt nice ist, wir können instant irgendwo hingehen. Und uns ein bisschen ausrüsten. Guck mal, da unten waren, glaube ich, ein paar Leute. Wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen Blue Life. Und dann sind wir ready to go. Dann werdet ihr sehen, dass wir die Runde gewinnen. Ich sage euch auf Ansage. Das wird's, ihr Freunde. Das sind Schüsse. Komm, wir gehen dann direkt hin. Die beiden... Oh, der Skin ist sogar reaktiv. Gibt euch mal seine Hand. Umso mehr Kills wir machen, umso goldener wird der Skin. So wie's aussieht. Glaube ich. Ja, stimmt, ne? Der Arm hat sich jetzt ein bisschen vergoldet. So. Wo sind hier die... Ja. Ja, ja, ja. Das ist... Das ist halt... Ja, okay. Ja, das ist... Oh. Okay, ist ein... Ist ein Bot. Ist ein Bot. Ja, ist ein Bot. Ist ein Bot. Ey. Tut mir leid. Aber das muss das sein. Nice one. Aber wir haben alle kein Blue Life dabei. Mittlerweile weiß ich auch, glaube ich, echt gut, wie die Wasserbändigerfähigkeit funktioniert. Ich hab das Aim dafür jetzt auf jeden Fall. Wir haben zwölf Schockwellengranaten. Und die beiden Bändigerfähigkeiten, die wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch Blue Life. Das ist der beste Loot, den ihr zurzeit haben könnt. Ich sag euch, wie es ist, ihr braucht ja keine Waffen. Das reicht euch komplettitutti. Oh, perfekt. Warte mal. So, zack. Können wir mal verwenden. Nice. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Da ist nochmal... Oh, nochmal Splashies. Ey, Lego. Können wir hier nochmal verwenden. Aha. Wer ist denn da hinten? Irgendwo da hinten. Oh, oh, oh. Oh, bist du denn direkt da? Oh. Warte. Da ist einer. Wo ist er hin? Er ist selbst direkt über uns. Okay. Okay. Leute. Wir haben... eine... richtig gute Lobby. Ey, Poseidon. Poseidon, schuldig. Junge, wie gut der auch treffen kann, der Poseidon. Ich sag euch, der Poseidon, das ist der stärkste NPC von allen. So. Perfekt. Das ist mal wieder eine Götterlobby, so wie es aussieht. Wir können direkt weiter, würde ich sagen. Let's go. Und wir gehen mal Richtung Reckless Railways. Wir haben auch schon entspannte elf Kills. Man muss auch dazu sagen, ja, wir haben gerade gute Gegner. Keine Frage... Oh, was haben die denn da gebaut? Jungs! Kann man hier vorbeigucken? Oh, äh, nee. Nee, sorry. Nee, 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 gegen euch hab ich gar keinen Bock. Ja, ey, die sind so kaputt. Was ist denn hier, Leute? Oh, da ist jemand. Oh, jetzt aufpassen hier. Hat mich ganz gut gehittet. Alter, GG. 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 Da hinten sind noch Gegner, glaube ich, oder? Let's go. Ab geht's nach da hinten. Junge, wir sind Kopfgeldjäger hier gerade. Oh mein Gott, wie hoch wir gerade sind. Guck mal hier, Leute. Zack, springen. Wendiger Fähigkeit. Ja, ja, okay. Okay. Okay, ich weiß... Leute, was haben wir für eine Lobby erwischt? Also, wir haben gerade die größte Lobby, die größ... Oh, da fährt jemand. Ich glaube, die größte Noob-Lobby, die ich jemals gesehen habe heute. Oh, das sind zwei Autos. Oh, da fahren zwei. Hallo, es ist verboten, hier zu fahren. Junge. Die fahren einfach weiter. Hm. Oh mein Gott. Junge, wir treffen alles. Ihr seht's. Der ist da oben. Er chillt da oben. Ey, die Waffe ist halt so genau. Okay, zwei gegen einen. Die healen sich jetzt. Ja, die healen sich. Okay, dann müssen wir mal unten alles wegmachen. Ich glaube, wir hauen die jetzt runter. Oh, nice. Junge, die bauen wie... Was das Zeug hält, ne? Die hören nicht auf. Aber ich mach Druck. Ja, okay. Jetzt haben wir's ja gut gehittet ein bisschen. Wir müssen aber in die Zone gleich. So, wie's aussieht. Die fahren weiter. Die fahren weiter. DG, wohin fahrt ihr? Sofort zurück. Na, jetzt wollen sie weiter fighten. Gegen mich. Okay. Zone kommt halt, Jungs, ne? Weiß nicht, wie's bei euch aussieht, aber ich geh in die Zone. Oh, oh, okay. Okay, jetzt muss ich abhauen. Das war ein guter Hit. Das war ein guter Hit. Ja, okay, okay, okay. Das war ein guter Hit von dem. Muss man ihm lassen. So, wir looten kurz. Nein, komm her. Was muss looten? Schnell. Nein. Na, egal. Bevor wir jetzt irgendwie sterben, Leute. Durch irgendeinen blöden Fehler müssen wir kurz abhauen. Guck mal, hier ist noch was. So, zack. Ey, wir brauchen Blue Life. Nein, wir brauchen Blue Life. Ganz wichtig, Blue Life jetzt. Auf die müssen wir jetzt halt gut aufpassen. Dass wir die irgendwie kriegen. Ich baue hier mal zu. Ich habe irgendwie Schiss, dass ich hier down gehe. Gut, das hat uns jetzt auch nicht viel gebracht, das Zubauen. Ey, Junge, ich brauche Blue Life. Hier ist doch immer Blue Life. Komm. Hier ist immer Blue Life. Und diesmal kein Blue Life. Schade. Da hinten vielleicht noch. Nee. Da sind noch ein paar Fässer, die wir mitnehmen können. Nice. Sehr gut. Was verkauft die uns? Hat die Blue Life? Nein. Oh, oh, oh. Oh, Lego. Danke. Ja, aber geh weg. Ich muss das Ding nehmen. Nice, Freunde. Wir haben Blue Life bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, wir können weiter. So, wo sind die Rabauken von gerade eben hin? Die sind bestimmt da hinten. Die chillen irgendwo da hinten. Ein Medaillenteam da. Lass mal zum Medaillenteam gehen. Darin gehen wir jetzt. Ab geht's zum Medaillenteam. Wir sind unterwegs, Freunde. Was meint ihr zu dem Loot? Sagt ihr, okay, dass du es willst? Oder sagt ihr, nee, das ist nicht gut? Mich mal interessieren. So, da vorne sind sie, glaube ich. Macht euch bereit. Wir kommen. Oh, da sind sie. Ja, ja, die feiten. Die feiten gerade. Wir können vielleicht abstauben. Oh mein Gott, die sind da hinten. Die sind direkt hier vor uns. Oh. Eishallah, Wichter. Ist da noch einer? Nein. Ja, ich kann hier nicht bauen. Oh Gott. Die anderen schwimmen unter mir. Ah, da ist aber noch einer. Ich darf mich jetzt nicht von dem irritieren lassen. Wo ist er denn? Sehen gerade gar nicht, Leute. Ich glaube, einer ist oben irgendwo. Kann es sein? Dass einer irgendwo oben ist? Boah, der hat mich übelst gut getroffen. Der hat mich übelst gut getroffen. Müssen wir aufpassen. Das war ein guter Hit, Bro. Muss man dir lassen. Wir gehen Richtung Zone. Da können wir jetzt nicht mehr viel machen. Lass die feiten. Das Leben nur noch von neun Leuten. Jetzt brauchen wir wieder Blue Life. Let's go. Boah, wir sind so schnell mit dem Teil, ne? Das ist so geil. Okay, Blue Life, Freunde. Wir brauchen ein bisschen Blue Life. Oh, lass mich durch. Komm, wo kriegen wir jetzt Blue Life hin? Ah, oben bei der Insel vielleicht. Das wäre nice. Gehen wir oben zur Insel jetzt hin. Da kriegen wir doch bestimmt Blue Life. So ein Ding wird das. Oh, da ist viel Loot. Ich weiß aber nicht, ob noch Gegner da sind. Ja, hier ist ein Gegner. Oppala, oppala, oppala. Nein, hier ist ein Gegner. Ich muss aufpassen. Oh, da ist ein Noob. Ich bin gerade auch ein Noob. Irgendwo Schüsse von woanders noch. Hinter mir. Oh ja, hinter mir. Ich muss aufpassen. Okay, nice. Ey, die haben kein Blue Life. Das ist so schlecht gerade. Und die sind direkt hinter mir, die anderen. Oh, die Rewive wurde dort. Ey, ich finde kein Blue Life. Was machen wir jetzt? Ein bisschen improvisieren. Vielleicht könnten wir kurz mal zur Spawn-Insel gehen. Ist da jemand? Sieht nicht danach aus. Nein, wenn wir die Insel übernehmen, könnten wir eigentlich oder aus den Kisten jetzt. Komm, aus den Kisten. Oh, wir bekommen wieder eine wendige Fähigkeit. Ich brauche aber Blue Life. Das wäre jetzt ganz nice. Komm. Ey, Bro. Da nehmen wir die Insel ein. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Da könnte ja auch Blue Life, glaube ich, rauskommen. Das tun wir jetzt auch. Ja, die fighten da hinten. Ich muss jetzt auch gut mit der Zone spielen. Wir haben zwei Mad-Kids, was nice ist. Kann man nichts sagen. So. Vielleicht kann ich sie von hier sogar treffen. Die Gegner. Nee, ich bin schon zu weit oben. Schade. Das ist ja tatsächlich schon zu weit oben. Komm, schnell, schnell, schnell. Ich brauche meine Insel. Wir haben es gleich. Oh, die fighten gerade übelst, ne? Drei Teams noch. Komm schon. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich sehe es ja halt gar nicht, ne? Okay, komm. Gib mir Blue Life. Ja, nice, nice. Nice. Das war gut. Aber wir haben halt danach kein Blue Life so richtig. Wir haben halt das jetzt noch dabei. Oh, vier Stück ist nice. Ja, wir lassen es mal so. Dann können wir uns nachher noch mal ein bisschen heilen. Jetzt noch mal Splashies. Oh, nee. Warte mal. Dann lassen wir die Impulsgranaten da. Aber wir brauchen Mad-Kid, wenn wir mit der Zone spielen wollen. Das ist wichtig. Das ist eigentlich ein ganz guter Loot. Habe ich da jemanden laufen gerade gesehen? Warte mal. Ich glaube, die sind da hinten. Wir warten noch hier. Oha, der hat alle drei geholt. Bro, gerade der Typ. Ich glaube, die sind hier unten. Mann, der hat gerade alle drei geholt. Zwei Teams noch. Der hat alle geholt gerade einfach. Ja, Zone kommt. Ich muss los. Ab geht's in die Zone. Ich glaube, das waren die da rechts. Oh, was haben die denn gebaut? Vielleicht kann ich den abfangen. Von hier oben. Ah, den könnte ich vielleicht abfangen. Ja, der hat mich aber schon gesehen. Nice. Eine schon mal down. Das ist ganz wichtig gewesen. Oh ja. Direkt vor mir. Ist er hinterm Baum? Er snipet. So, was machen wir da jetzt? Das Problem ist mit dem Snipen, wenn wir jetzt pieken, war es das. So, jetzt hat er keinen Sniper-Schuss mehr. Jetzt können wir eigentlich... Jetzt können wir eigentlich waschen. Naja, er chillt jetzt da drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, was war das denn? Was war das denn? Wer haben wir denn überlebt? Ich sag euch ja. Ah, das ist zu krass. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Ich sag euch die zwei Sachen. Mobility. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Ja, das... Oh, Schüsse. Junge, chillax. Ist das ein Bot oder ist das ein Gegner? Ja, das ist glaube ich ein Bot, Freunde, oder? Ich glaube, das ist ein Bot. Das ist safe, ein Bot. Ja, oder? Ja, okay, okay, okay. Wir haben den White gemacht. Warte. Ich will was machen, Freunde. Ich will was machen. Wir können den in die Zone gleich kicken. Ey, dieser Loot ist wild. Ihr braucht keine Waffen. That's it. So, warte mal kurz. Ich will den in die Zone dann kicken gleich, wenn er kommt. Wo ist er? Ah, da. Okay, Zone kommt. Warte kurz. Warte, 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 warte. Ich will den in die Zone kicken. Jetzt. Nein! Ich kann... Ey, ich habe gerade keine Ausdauer, warte. Lass mich hoch, lass mich hoch. Okay, jetzt wird es schwer, die Zone zu kicken. Ich will das irgendwie schaffen. Bro, komm her. Guck mal, ich bin hier, ich bin hier. Ja, ich bin hier, komm. Ey, wenn ich jetzt verkack gegen den Bot. Komm! Ey, ist doch kein Bot. Das ist kein Bot. Ich habe mich angefreundet mit... Ne, oder? Ey, ist das jetzt ein Bot oder nicht? Hä? Bro, die Zone kommt. Bro, komm in die Zone! Komm! Nein! Ich weiß es gar nicht. Ey, war das ein Bot oder ich glaube, es war schon ein Bot. Leute, das war es mit dem Video. Ultra nice Runde. Ich habe es euch ja gesagt. Die Sachen braucht ihr. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir hatten auch eine echt gute Lobby, kann man sagen, was man will. Oder rein. Bis dann. Und ciao, ciao. Ciao, ciao.